Wir sind heute bei Pic2People im Untergeschoss vom Kaufhaus Tirol, denn es dauert nicht mehr lange und Weihnachten steht vor der Tür und ihr habt euch sicherlich wieder was Tolles überlegt. Ganz genau, jedes Jahr machen wir eigentlich unsere Weihnachts-Shootings. Da haben wir die super Angebote mit unserer Weihnachtsbox, wo man sich wirklich auch was sparen kann. Ansonsten haben wir heuer neu das Mini-Shooting für all diejenigen, die sich vielleicht im letzten Moment noch entscheiden, vielleicht Fotos zu machen ohne Termin. Da kann man dann ratzfatz bei uns in fünf Minuten ein paar Fotos machen, gerade für die Weihnachtskarte oder auch als Last-Minutes-Geschenk natürlich für die Oma etc. Super nett, aber werden die Fotos denn rechtzeitig fertig? Das auf jeden Fall natürlich und zwar kann man die wie auch sonst bei uns immer direkt aufnehmen, aussuchen und dann auch gleich mit Haus nehmen. Und wer freut sich nicht über Fotos zu Weihnachten?